So richtig schön trocken in den Arsch. Okay, habt ihr verstanden, ne? Ah, ja? Biotonne! Biotonne! So, willkommen zurück zu GTA Online, meine Freunde. Wir haben heute eine... Geholtes Willen! Was hast du gesagt? Was war das? Ja, wir haben heute eine große Braxige Session hier. Das ist diese Xbox Live Club Funktion, die funktioniert echt wunderbar, sehr geil, muss man ja mal sagen. Da haben die sich echt einen Keks mitverdient. Ja, zwölf Leute sind wir momentan und wir starten heute mal Sky Wars, aber abwechselnd. Wir werden jetzt eine Runde Sky Wars spielen und in der nächsten Runde machen wir dann was anderes. Und dann bla bla bla, immer abwechselnd, wisst ihr? Da bin ich... Und so? Damit könnte man da klären, was Sky Wars ist. Sky Wars, weißt du, wirst du merken. Das hört mich schon an der Frage. Das ist, äh, basiert auf War of War of Ice, also das ist so eine Biotonne-Angelegenheit. Sky Wars ist einfach ein Capture. In dem, ja, ein Kampf-Capture. Ihr müsst natürlich Pakete besorgen und die zur Basis bringen. Aber, wenn ihr sterbt, spawnt in einer Hydra. Den Rest könnt ihr euch denken, oder? Okay, das kann krass werden. Squad Trapping. Mein Gott. So wie in der letzten Folge. Squad Trapping, kompakt. So, und ich starte das auch mal. Damit wir hier mal... Ja, kannst du machen. Aber warte, okay. Und hört auf, eure Hetze zu vergewaltigen. Ich muss gerade mal gucken, ob ich hier... Okay, aufhören. So. Was ist jetzt? Ich roll hier einfach mal den Berg runter, auch nicht schlecht. Wartet. Was ist das denn? Ja, wir rollen den Penner. Wir können nicht warten. Ja, Mann. Jetson, Mann. Oh, freizendicht recht. Jetson, man kann nicht warten. Tja, aber ich mein, das ist zu fast rum. Nee, nee. Wär schon. Nein, nicht Brax. Wir stehen heute im Zeichen des Sternbilds Brax. Ich kann natürlich mal wieder das höchste Level hier. Brax. Hacker. 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 So, ihr Hirnampulieren. Was ist hier los? Hört mal auf, hier rum zu Affen. Steck euch alle in Brand. Hacker. Ich bin weg. So, Killerbes, Fox, Brax und Kit müssen noch diese Eindler Düngen enden. So, Kid Fury, schaffst du es. Hast du eigentlich ein Unlock All? So, wer bitte, versucht mal, ne, ich weiß es schwer, versucht wenigstens ein bisschen geordnet zu reden. Nicht ganz so durcheinander, wenn ihr mich was fragen wollt. Ich wollte fragen, ob du ein Unlock All hast. Ich? Nein! Alter, 142! Ich such dir ein Leben, Alter! Alles original! Warum haben wir jetzt bei mir alle verlassen? Der ist wohl rausgeflogen. Noch so ein Ding, was ich immer vermisst habe. Ist irgendeiner rausgeflogen? Also, Kid Fury hat sowieso so viel zu sein. Der ist doch eigentlich zu herfst, der rauskommt. Ist das eigentlich gut, wenn ich zuerst sterbe, dass ich direkt nach Hydra bin? Na, alle Tüte. Wer ist jetzt rausgeflogen? Ich habe bei euch jetzt alles... Zwei Stück sind rausgeflogen, ne? Nein, 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 ich starte die. Bist du noch im Ladebildschirm? Äh, nein, ich bin jetzt schon wieder in der Lobby. Ja, warte, dann schick ich, äh... ...noch mal eine Einladung. Ähm, Onkel? Dann geht das vielleicht. Hä? Ich sehe da auch beim Fzielten im Panzer. Kann man den benutzen? Ja, bestimmt. Der Panzer? Naja, der wird von KI gesteuert. Dööö. Oh! Also wie gesagt, Jets ohne Ende und vom Militär bewachte Ware, also sehr schwer bewacht ist sie, das Militär habe ich ziemlich hart eingestellt und die Panzer kommen uns direkt am Anfang entgegen, da müsst ihr aufpassen Oh ne Ich hatte genau so ein Capture, das war voll schwer Kid Fury, wie sieht es bei dir aus, lebst du noch? Der spricht gar nicht Ja, Kid Fury hat eine schlechte Leitung, das haben wir gestern schon gemerkt oder vorgestern war auch immer, wenn wir da gespielt haben Vorgestern Da sind wir auf einmal durch die Gegend gebrakst, ey Boah, aber so habe ich mir das vorgestellt Endlich mal wieder so eine schöne volle Lobby und so, bla 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 Terny verlässt die Party, genau das Genau so habe ich geträumt, dass auch Terny die Party verlässt Ja, Kid Fury scheint ein Oh, Reeps ist auch wieder am Schlüssel, warte Könnten wir eigentlich nochmal schnell einladen Hast du das Bläon, hast du Mühe gegeben? Womit? Ein Captain Er ist hier Er hat schlack gleich so was warm Warum gibt es sich immer Mühe? Reeps Alles Reeps, äh, zentral an Reeps, können sie mich hören? Da müsste man noch Ladevorgang Hallo, hallo, hallo Klasse diesen Xbox Bug, wie man einfach aus der Party rausfliegt und gar nichts merkt, ey Ja, wenn du double, double Den Xbox Button Ich lade dich jetzt mal schnell ein Reeps Obwohl, ah, der spielt noch ein anderes Spiel Ja, starten wir schon, wir starten jetzt durch Kid Fury scheint ja auch irgendwie Probleme zu haben beim Beitreten Können ja nicht immer warten Die Folge wird sonst zu lang hier Hör mal So ist vielleicht nur als Quick Beta abgestöpelt hier Musst du schneiden Schneiden, schneiden, ich hab aber keine Messer zum Schneiden Ich schneide nicht gerne, das ist mir zu bescheiden Ich schneide nicht gerne, das ist mir zu bescheiden Und, und, bin ich... Ich schneide nicht gerne, das ist mir zu bescheiden Ich bin jetzt mit Lades, Play Onkel und Ter Gegen Onkel Von Trappin ist mir Oh, Brax, Brax Ja, aber soll ich zu dir kommen, oder? Ihr habt auch ein High Level, ihr habt auch einen Rang 300 Ich glaub, Team Wechsel geht hier noch nicht mal Aber trotzdem So Ihr Laps Boah, das kann ja was werden, ey, das wird so richtig eskalieren jetzt, glaub ich Mein Charakter ist einfach das Tü-t-tü-t Tü-t-t Tü-t-t-tot Oh, das ist...okay Okay, okay, ich fahre, ich fahre, ich fahre Ja, danke, Kier Alter, wo kommt denn von Kier her?! Steckt, ey Schnell, wir müssen ja raus, bevor der Panzer kommt Warte, warte Oh, ich muss los, der Panzer kommt, schnappt euch von anderen Äh Schau doch mal ein Immer am besten in Zweierteams, würde ich sagen Einer schießt, einer fährt. Jaja, und bitte nicht die Schraße des Surjets zerstören. Oh, die Panzer! Alter! Komm, die machen mal fertig, die rennen! Erobere den Brex-Komper! Warte! Schrei, komm rein! Wie geht das denn? Ach, die Scheiße! Reiter, komm, komm, komm! Du meintest das ernst mit der CP umgesteuert? Oh, toll! Ich bin tot! Lauch, lauch, lauch! Easy, wir platschen die alle. Auch mal bei mir im Auto, wir platschen die. Warte, mein Vater soll... ...mein Vater soll nicht aussteigen. Da hat er überhaupt keinen Sinn. Äh, Hydra. Äh, nee, du... Ja, ich hab auch eine Hydra, alle! Fahr! Cheese! Wer ist bei mir im Auto? Wir fahren den ganzen Kreis da auf der Kasse. Auf dieser Wiese! Cheese, das sind beide! Cheese! Ja, gut! Stutz auch, Hilfe! Ich bin in der Mitte, Cheese! Brex wird halt immer gut bewacht! Uuuh, Brex! Eier, ha, alles voller Jets hier! Und tot! Äh... Wow! Puh! Easy! Irgendwann hat mich zerfetzt, Alter! Ich bin der häftigste Skeptik! Boah, wie das aussehen, ey! Alles voll, ey! Das ist so geil, ey! Das ist so geil, ey! Ich weiß nicht mal wo mein Team ist! Aber egal, es muss uns zu spielen! Ach, dann bist du! Ups! Ach, alter! Alter, sind wir hier bei Star Wars, oder was? Eiuuuu! Ja, Mann! Ja, Mann! Star Wars! Ich seh hier! Waaaah! Ja, Onkel! Jawohl! Er schon wieder! Wenn ich jetzt durch Terni sterbe! Alter, wie das aussieht, einfach nur, ne? Der Knaller! Waa! Haha! Oh, ich muss aufpassen, wird mal Hetze nicht übers Steuer sonst hier, ey. Wer ist grad in mich reingesucht, weil ich die Kommentare nicht mehr knappen. Biotonne! Apoli, mein Gott, das ist geil. Und dazu kommen noch die Bullen-Schrauber hier. Oh! 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 Weg! WTF! Oh! Fuck! Oh, ja. Hallo! Wer jagt mich hier schon wieder? Was ich kriege? Ah, ich mach' den schön, Albel, ich mach' den nicht lang, äh, falsche. Äh, jetzt ohne falsche. Oh! Oh! Ich mach' grad' ohne falsche. Oh, André ist abgekackt. Verbindung zum Unterbrechen. Ja! Oh! 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 Oh, Mann! Oh! 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 может Oh! 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 Weil er hat sie blöde K.I. Hätten wir jetzt nur Team M.I. Das ist ja mein Problem. Achtung macht sich einer mit dem Koffer davon. Achtung hat sie das. Achtung hat sie das. Achtung hat sie das. Wenn man das von weitem fliegt, dann klatsch einfach so aus, als ob nur Jetweiter. Kann mir mal jemand sagen, wer von uns den Sert schon kaputt gemacht hat? Ja. es ist das alles das gebäude und ich bin abrufbar die städte alle anderen ich werde die besteuert die leckte jetzt ist es los Wunderbar, dankeschön! Och komm! Sobald du den Fallschirm nicht bist! Wo flieg ich hier eigentlich hin? Ich stehe einfach mit dem Auto und er hat mich in der Luft gelegt. Ah, Cerny! Wo ist das jetzt? Das ist doch schon krank! Petro! Hallo! Alter, dieser Luftkampf leckt mal so bei mir! Was frisst FBS? 60 FPS Einbrüche! Hilfe! Da ist der behindert! Der ist doof! Der hat mir aus dem Schleudersitz gehauen! Alter! Ach komm! Ah, da ist der Let's Player! Alter! Der holen wir ihn jetzt! Hier ist einfach, das geht! Und bin in Luca reingeflogen! Ja! Zwei Pactions sind so mal safe! Ach! Müde! Ich werde dich nicht einstellen! Ich bin in der Abenteuerung! 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 So geht das ja nicht! Ich bin in der Abenteuerung! Ich bin in der Abenteuerung! Ich bin in der Abenteuerung! Ja! Bei mir nichts! Hä? Oh, das waren meine Teammates! Wieso stirb ich jetzt nicht? Was hat der für ein Schlagel? Nein! Mal! Woher sind wir jetzt? In Atlantis! Das war so ein Battlefield Kampf! Ach, komm! Oh Leute, wie soll man sich denn jetzt selbst umbringen? Weil das Paket abgeriefert wird! Alter! Oh, Terny! Was? Terny, hab ich dich getötet? Was? Das ist das! Wenn du das jetzt dann siehst du, das ist natürlich nicht! Na ja, man besteht nichts! Oh, keine Gegner, Jess in mir! Oh, anflügt das schön! Oh, man! Wisst ihr, was mich auch meist aufregt? Wie soll die die Paction vorne auf den Hof kriegen? Das sind 1 Milliarden Bullen und keine Ahnung! Das sind 1 Milliarden Bullen und keine Ahnung! Das sind 1 Milliarden Bullen und keine Ahnung! Ja, klar, wer ist aus diesen Dings ausgestiegen, hat in jedem Fall das... Alles klar! Ja, von mir ist schon ewig nicht mehr so! Wie ein paar Bullen geprügelt! Ja, wahrscheinlich! Schön gemacht! Diggschön! Ja! Nein! Gut gemacht! Wurde vom Rekord gewonnen! Wurde vom Rekord gewonnen! Ja! Ja! Ja, du bist das Dings Team! Ach so! Ja! jetzt geht es mal richtig aus! Man, ich drück permanent Y! Das ist so zum Gotzen! Nein! Bevor ich noch steufe, kann ich noch Let's Player auch gut töten! Ich schwöre, du kannst ja nicht mal im Fallschirm reinfliegen, was du willst. Wenn du es dich so schlecht wie traust, schlägst du was zu tun. Hey, Danny, ne? Bisschen unter mir, die ganze Zeit. Geht gut, oder? Ne. Ich hab irgendjemand abgeballert. Alter, Terras, ne? Der holt mich aber ausständig, der Junge. Der ist am Tryhard. Alter, hier fliegen ganz alle solche Facts mit dem, ne? Hier und vorne, hier und hinten. Oh mein Gott, Alter, was ist das? D-Mate, hör auf mich abzuschießen. Ja, das ist bei mir auch so. Ach, please! Oh nein, tschüss, tschüss. Arigüdeci. Bibi, ich mein eigenes Schneider sitzt einfach töten, Alter. Ja, ist mir jetzt auch so ein bisschen. Loll. Leute, ich würde mich nur aufregen bei dieses Game. Alter, wer ist mir grad an meinen Fallschirm angeflogen? Ich hab ein bisschen schmerzt. Nein, alter! Tja! Was ist denn früher? Der mega langen Jets zu holen schafft das nicht und reißt auch noch meinen Fall schon mit weg. Ich kann nichts machen. Haha, was ist denn los? Just do it right now, just do it! Just do it! Hä? Was macht der Jett denn hier für ne Faxen? Trost, Fax? Alter, jetzt... Wie wenn er eignet Timmel tötet? Schon Glück. Eskalation! Ah, das ist die PTA, die da. Wir legen alles, nein. Und das ist ja eigentlich gerade alles aufgenommen? Ja. Nein, ich tue nur so. Nee, ich tue nur so. Nee, nee. Nee, nee, das ist eh nur alles so. Genau, ist, äh... Ist als ein Fake Bros, wie ein Fake Bros. Wie die Crack Bros, genauso. Die Fake Bros? Frank Bros. Fake Bros. Ja, Mann. Cucu TV! Oh, scheiße, mein Flieger ist ein bisschen... Mach doch! Behindert. Ja, aber es war ein großer Fake. Nein, weil er das ganze Insitiv zu damals geschrieben hat. Cucu TV! Cucu TV! Oh, der Team funktioniert hier nicht so richtig. Nö, die und Titans über Gucken TV! Frank, aber du bist Fake Bros! Ich und Luca trinko noch Kaffee, den so ein bisschen. Oh, Luca. Ja, Sieg! 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 Du, Bitch! Hey, Onkel! Hä? Passtet! Oh, ja, nice! Manne, 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 manne! Jetzt können wir Bastik spielen! 2. Was für ein Ding? Ja. Ach, du heiliger! Ach, du bist bei dich so alles heilig und scheiße, ey! Die heilige Biotonne, ey! Okay! Jaaaay! Erstmal einen Dopp runtergekleben! Wow, wie Fox als einziger Positives in diesem Team! Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der hier... Was soll ich jetzt drücken? Okay. Feier-Modus, würde ich meinen. Also gut, meine Freunde, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit Bastet und dann wieder mit Skywars. Also dann, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal! Ich hoffe, euch gefällt, dass ihr jetzt mal ein bisschen verrückter Trupp hier, aber... Naja, alles in Ordnung! Bis zum nächsten Mal! Euer Onkel! Ciao! Ciao! 于是 7 1 1 1 3 21 15 25 Vielen Dank.